Unser Anliegen ist echt. Indem wir unser Verhalten ändern. Verdammte Generation. Verfolgen sehen wir täglich. Es sind 800. Der absoluten Klarhaber. Der Klimawandel ist etwas Abstraktes, was davon eigentlich negativ wahrgenommen wird. Im Walden kann der aber eben nicht als physischer Antagonist, sondern als Konsequenz unseres Seins. Dies muss man mehr Leuten klar machen. Die Liste, die kann nie nicht fortgeführt werden. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Stellen wir hier eigentlich auch gravierende Veränderungen im Erosystem zu, auch in der Art ist. Genau dort liegt das Problem. Es ist halt dennoch immer noch notwendig zu demonstrieren und seine politische Meinung zu zeigen. Aber diese verdammte Generation juckt Julia anscheinend nicht. Ich war gibt es ein Schlimmuzager. Ich war wichtig.